Dessau-Roslau tanzt, so lautet das Motto der achten langen Dessauer Tanznacht. In vier ausgewählten Locations der Dessauer Innenstadt und auf fünf Tanzflächen steppt der Bär. Gut 20 Tanzanleitungen laden zum Mitmachen ein. Showtanzeinlagen unterschiedlichster Stile machen Appetit auf eine ganz lange Nacht des Tanzens. Für Ungeübte gibt es pünktlich ab 19 Uhr Schnupper und Einführungskurse. Am 1. Februar ist ab 18.30 Uhr Einlass in folgende Locations. Ein Haar-Hotel, Gartenhaus der Avendi, im Liborius-Gymnasium sowie in der Tanzfabrik. Also nicht zögern, sondern eine flotte Sohle aufs Parkett legen.